Hallo Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars. Heute ein kleines Highlight Video aus unserem Stream. Leider war der Simon nicht dabei, weil er Internetprobleme hatte. Grüße an Vodafone an der Stelle. Ich habe die Zeit genutzt, um in Cold War die Tunra zu leveln. Ich war am Ende recht zufrieden mit der Konfiguration. Die Klasse findet ihr natürlich am Ende des Videos. Als Ziel habe ich mir gesetzt, die 10.000 Punkte für die Punkteserie zu schaffen. Ich weiß, viele von euch schaffen das easy. Für mich ist es nicht so einfach, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Wenn ihr mal beim Stream dabei sein wollt, wir sind jeden Mittwoch ab 20 Uhr online. Kommt gerne vorbei auf YouTube und auf Twitch. Und jetzt viel Spaß mit der geilen Runde. Wir kommen in Zentralafrika, dass wir direkt auf die Sniper-Position gehen. Mal gucken, wie viele mir entgegenkommen. Der war aber schlecht. Na gut. Zustand schwenule! Zustand schwen�! Zustand schwen sig die kohlenz. ... Nice, ja. Guck mal, Rüstung hab ich schon mal. Boah, Alter, wie ein Borsohn, ey. Ja, die sitzen alle. Schön den Ellbogen weggenommen. Warum? Warum von hinten? Warum machst du so, Brudi? Oh, da war ich zu gierig. Oh, und er lädt nach. Alter. Der war so drauf. In die Eier. Kriegsmaschine. Upsi. Da war wohl keiner von uns. Einer noch, komm. Oh, ich dachte. Ich dachte, das wäre ein Gegner, Alter. Kurz mal aus der Zone raus. Und wegmachen den Schwanz. Dich auch. Nee. Nee. Ha, ha. Bitte, bitte, bitte. Scheiße. Oh, Bange. Alter, der war so drauf. Danke. Weitschuss. Der war aber auch, ey. Mann, er nimmt sie alle auseinander, ey. Level 30. Oh, bitte, komm. Einfach besser und einfach leerer. Shit. Einfach besser. Wo, 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 wo? Von wo schießt er? Oh, was? Nur Hitmarker. Ich sehe keinen mehr, das ist jetzt schlecht. Komm, jetzt hat keiner mehr Bock auf, gesnipet zu werden, ne? FN-Shit. Fick dich. Wieso F? Ey, das ist meine Seite, Jungs. Ah, scheiße, den habe ich zu spät gesehen. Oh, 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 oh. Yay, Baby. Was ne Runde, ey. Den auch noch. Ich liebe die Mämpfe. Oh. Ich mache hier sauber. Das schallert hier so, ne? Oh, geil, ey. Oh, geil, ey. Ah, fuck. Ja, ich denke mal schon, dass ich erst da bin. Kriegsmaschine, Baby. Kriegsmaschine. Ich brauche noch 600 Punkte. Hä, das ist doch ein Gegner da hinten, oder? Ja. 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 9.650 Punkte. Bester Moment. Lecker. Oh, Mann, ey. Knapp, ja. Knapp. Das ist mal eine geile Quote gewesen, oder? Trotzdem eine Niederlage. Wie können wir denn trotzdem noch verloren haben? Haben die anderen dann einfach gar nichts gemacht, oder was? 4, 4, 3, 5,約? 5, 4, 3, 3, 4, 1. 6,189 d. 11,850 Parkva sustainable. Am trap hatte. Wie kann man vorne Haut irgendwelcheundred? 7,530 vermissไม alla jamais. Na das ist muy gute concentrate Mhm. 8,540 Natam vaig. Bis zum nächsten Mal.